Musik Hi Leute, schön, dass ihr reinschaut. Heute geht es um die Frage, darf der Lehrer euch das Fortnite-Spiel in der Schule verbieten? Stellt euch vor, ihr sitzt ganz entspannt im Pausenraum und wollt ein bisschen Fortnite spielen und dann kommt plötzlich der Lehrer rein und verbietet euch das. Jetzt macht es fertig. Jetzt geht's ab. Hallo? Was machst du da? Ist das ein Baller-Spiel? Das ist nicht verboten. Gebt mir dein Handy. So Leute, jetzt habt ihr genau drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, ihr überzeugt den Lehrer, dass das Spiel super ist und der Lehrer euch weiterspielen lässt. Yeah, lass uns zocken gehen. Musik Zweite Möglichkeit ist, ihr macht, dass ihr so schnell wie möglich aus der Klasse rauskommt. Herr Lehrer, schauen Sie, was ist das? Dritte Möglichkeit ist, ihr packt das Handy einfach weg und hört auf zu spielen. Ballerspiele sind in der Schule verboten. Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Weil, das ist ein Ballerspiel. Ballerspiele sind in der Schule verboten und es ist erst ab zwölf Jahre. Das heißt, für unter Zwölfjährige ist es eigentlich sowieso nicht erlaubt. Das heißt, die Schule und der Lehrer können euch das Spiel in der Schule wirklich leider verbieten. Hey Leute, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.